Das ist der erste Aal, siehst du? Nein. Das ist doch ein Aal, ne? Nein, das ist Stoff. Das ist doch ein Stoff-Aal, oder? Krass, ne? Jetzt ist er gerade, siehst du das? Ja, aus den Dingern, siehst du das? Ja. Krass, ne? Das ist der erste Aal. So. Das musst du nie anpacken, ne? Oh, ein kleiner Fisch. Hä? Oh, wieder so. Wo ist der Fisch? Döbel. Da. Ach, der ist er. Da müssen wir gleich mal langsam ans Ende kommen. Hier ist bestimmt ein Gitter vor. Aber ich glaube, da kommen wir nicht raus. Da ist nicht? Ja, ich glaube, da ist ein Gitter vor. Und hier müsste eigentlich noch die Tau einmünden. Ja. 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 Und hier ist ein Gitter vor. Vielen Dank. Schade, das ist ein schöner Kanal hier zu Ende. Wo endet denn das Kabel? Hier hätten wir nicht mal eine Bedeutung reinmachen können. 170 Meter noch. Ja. 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 Ach. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist doch kein Ader. Was ist denn? Das ist ein Ader. Der geht doch gerne wieder mit. Ich will jetzt viel mehr wissen, was da vorne für ein Rausch ist. Jetzt muss er die Pau sein, die er mündet. Oh, wird ja richtig tief hier. Ich dachte, hier sind mehr Fische. Aber nee. Aber nee. Das ist die Pau-Mündung. Das ist die Pau, oder man sagt auch Pau-Nelle. Nebenbach. Achso, ja gut. Jetzt sind die 1,8 Kilometer zu Ende, aber theoretisch... Ey, warte mal. Da ist doch... Wer ist da? Da muss ich hoch. Da muss ich hoch. Ja. Achtung, geht los. Ey, wie ist das? Da muss ich hoch. Da muss ich noch mal. Ich muss noch mal geben. Dann muss ich noch mal geben. Wie ist das? Das ist okay. Ja, das ist so schön. Das ist leider nur vom Maulprofil. Das ist leider nur vom Maulprofil. Das ist leider nur vom Maulprofil. Das ist eine blöde Frage, weitergehen? Natürlich. Hier sollte man auch nicht rausklettern. Nein? Was? Oh, hier Fische. Guck mal. Nein, aber hier habe ich Angst. Alter, guck mal, wie viele Spinnweben sind. Ach, scheißegal. Das ist egal. Das ist ja egal. Mach mich vor, wenn er eins spricht. Okay. 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 Guck mal. Das ist schon ein bisschen. Oh, da, 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 hier. Da hängen sie rum. Guck mal, hier gehen jetzt diese Bachaufwärts. Ja, hier kommen wieder fette Spinnenweben. Boah, das mag ich gar nicht. Das ist harmlos. Das, was ich spinne und hasse. Weißt du was, wir können auch sagen, das reicht. Was kommt denn hier noch? Da vorne, wenn es aber nass ist. Fische, die springen, ne? Ja, die hauen ab vor uns. Was? Was? Ich habe hier Spinnenweben im Gesicht. Das mag ich gar nicht. Das ist eklig. Boah, was ist das denn für ein dicker Hund da an der Wand? Was ist denn? Ah, kackeer Lake. Kacke. Ja. Schöne. Kacke Lake. Da. Kommt da hinten denn noch was? Wir können dann mit dem Nackengang noch weiter gehen, da. Ha? Den langen? Ja. Das ist mir gerade links abgebogen. Hätte er ja geradeaus weitergekommen. Warte mal. Da. Da. Einmal durchs komplette Gesicht. Ich gehe aber bis dahinten das Ausstarr noch ein bisschen. Ich gehe da noch mal hin. Okay? Ja. Das werden wir uns dann schon am Abfall. Alles klar. Fisch hier nicht kaputt machen. Fisch hier nicht so. Garnt guys lang. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020